Hallo und willkommen zurück bei Rocket League. Heute spielen wir jetzt die neuen Maps. Mal schauen ob das gut geht. Suche läuft, Suche läuft. Da will keiner die neuen Maps spielen. Und spielen wir dann wieder Ranked? Halt, wenn niemand spielt. Na komm. So. Was war das? Toll. Ah, endlich Fight League läuft. Was war das denn? Schon wieder lags. Halt eine Seitwärtsrolle machen, auch ihn nicht. Tja. Ich bin mittig, also hole ich mir am Anfang den Boost. Experten. Wow. Na. Boost fehlt natürlich. Klein Boost. Hm. Ach, hätte ich das gewusst. Wow. Das ist der ihn wirklich 20 Meter daneben. Halt zu null. Wow, keiner fährt. Da ist drin. Da ist drin. Tja, würde ich sagen, passiert. Muss bleiben. Wow. Wow. Ach Gott. Ich bleibe jetzt einfach im Tor. Wow. Ja. Keiner da. Super. Ach nein. Wow. Und dann verfehlt er wieder mal. Haze. Na. Wow. Na, nicht schlecht. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Ach. Ach. Ich bin immer so blöd. Das ist ja nicht. Ach. Da ist immer so scheiss knappe. Wow. Das Tor steht leer. Aber nein. Nein, man schiesst 20 Meter daneben. Wow. Und jetzt wenn einer drin steht, dann treffen sie. Alter. Ah, hat er denn? Ja. Ach. Ach. Ah. Oh, oh. Ich gehe hier mal Richtung Tor. Ich lebe mal Richtung Tor, man weiss ja nie. Haha. Ich hatte kein Buch mehr. Oh. Oh. Nein. Boah. Oh zu schnell. Oh. Das geht's nicht. Das geht's einfach nicht. Ach nein, hätte er plappen können. Knappe geht es ja nicht. Da steht einer im Tor. Ja genau. Ja, schieß noch, du mein Alter. Fünf Torschüsse habe ich. Fünf Torschüsse. So kurz, ne? Ah ja genau, dankeschön. Ja! Boah, das war mehr Glück, hä? Ich bin immer noch ranglos, 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 yeah, yeah, yeah. Tja, dann suchen wir doch gleich weiter. Ein Match liegt ja noch drin. Wir machen ja immer zwei jetzt. Du, du, du. Na kommt schon. Ich hab mal ins Hauptmenü. Geiles, Beitritt läuft. Wow, und es laggt. Hey, wunderbar. Experte, Veteran, ich glaube auch ein Experte und ein Veteran. Okay. Ich bin wieder mal mittig zum Start. Wow, Alter. Wow. Nee, 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 nee. Oh, okay, nee. Also immer vor unserem Tor irgendwie, hä? Schon wieder. Genau, prallt das auch scheiße ab, hä? Und rein jetzt. Alter! Kannst doch kotzen, hä? Da drin sein müssen, hä? Du, du. Ja. Du, 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 du. Du, du. aber mehr glück gebe ich zu egal einfach mal richtung tor steuern und dann versuchen schuss ist schuss aber geht oder nicht ist ja nicht von bedeutung hauptsache in jeder richtung des tors nicht in unserer richtung war schön wäre auf jeden fall schön geworden aber was denn? wie ein schuss? oh 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 hm ach ach hat der ihn nie gelassen hehehe ah ich dachte schon der geht wow der war hässlich nein was macht der denn? ja in die nicht was ist denn? Hol ihn dir, Tiger. Halt die Stellung! Noch mal lupfen. So wird das nichts. Ach, genau. Kein Hust. Ach, Mann. Ja, holt euch jeden Boost. Tja, bleibt das wohl ein 1 zu 0 Match oder? Kommt da noch mehr? Ah, 18 Sekunden. Oh! Das war hässlich. Oh! Oh! Tja, bin immer noch ranglos, so wie es scheint. Und äh... Ja. Haben wir jetzt schon zwei Matches? Glaub er ja, oder? Ich glaub schon. Tja, Leute. Damit wär's das schon wieder gewesen von dieser Folge. Und ich wünsch euch noch was. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Tschüss.